Porri hat eine neue. Es ist die abgelegte Ex von... wer war's? Olli Kahn? Ne, Boris Becker. Jedenfalls Sandy Möldenmüller. Ja, genau. Die Boris Becker seinen Söhnen nicht vermitteln konnte. Porri hat den Vorteil, dass er keine Kinder hat, denen er Sandy vermitteln müsste. Ich finde es schön, dass er sich den schwer vermittelbaren annimmt. Jedenfalls ist es eine gute Nachricht, dass Porri eine feste Freundin hat. Man wird ihn zwar dadurch nicht seltener sehen, aber wenn sie ihn genug ranlässt, ist er vielleicht etwas weniger nervig. Morgen geht's weiter.